Hä? Ah ne. Ah ne, schon gut. Loverst du. Endgame, Digga. Escape to Earth. Äh, 4, 4, 40.000. Ja. Geil, Mann, mit der Rakete, Alter. Wow! Oh mein Gott, ich werd... Oh, geil! Was? Auk, ich hab die Auk. Komm, ich kann auch einmal rangehen, Alter. Das gönne ich mir, aber hier. Ah ne, nicht schon wieder. Hä, echt? Hä, er fänd voll, Digga, mit dir falsch. Hm? Wie teuer war jetzt Endgame? Ich hab's nicht. 40.000. Warte mal, lass mich erst mal was trinken, ich hab einen ganz trockenen Hals, Alter. Ja, ich auch. Oh, Alter, richtig geile Map, Alter, richtig geil. Gefällt mir. Heftig, ja. Wir mussten diese Scheiter kaufen. Ja. Sonst hätten wir nicht Endgame machen können. Ist so. Ähm, ich würd sagen, wir machen jetzt wieder die gleiche Taktik wie gerade eben. Du läufst da oben und ich lauf in dem Gang. Ne, ne, wir müssen umdenken jetzt. Weil? Weil? Du musst das, du musst das einkalkulieren, dass uns Muni fehlen wird irgendwann. So. Dann muss heißt, einer, einer, äh, ja, weiß ich nicht, warte mal. Ich guck mal, hier wär auf jeden Fall die MP40, dass man würde, ne, warte mal, man rennt dann hierhin, holt sich die Muni, rennt mit den Zombies einmal im Kreis und dann wieder raus. Ne, das ist zu gefährlich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann auch hier wieder raus, ne. Ja, muss, ja, wir, wir zocken einfach, scheißegal. Ich mach mir mal ganz Zigarette an. Ja, mach mal. Alter Schwede, geile Karte. Oh ja, die gefällt mir. Irgendwas rascheln hier bei mir. Geh mal weg, Alter. Paranoia hier. Ähm, ja, die heißt nur Mun. Die andere heißt Moon Station, ist das einfach so. Scheiße, dass hier draußen keine Waffen hängen. Das machst du da hinten, Alter. Äh, lass mich. Schäme mich gerade. Ja, mir gefällt das so. Ich bin schon fünfmal gestorben, ey. Ey, hier ist der Kistenstrahl auch blau. Ja. Recht offen. Was machst du? Ja, bin ich eigentlich welcher Charakter? Du bist Nikolai. Ich bin Dempsey, weil ich da weiße Hün. Das weißt du, kann man auch bei World at War immer selber wissen. Nicht nur bei World at War, auch bei Black Ops. Bei manchen Charakter. Bei Muni ist es aber so, dass da kann jeder Charakter jede Farbe sein. So, also, bevor hier Langeweile aufkommt, können wir zocken. Ja. Meine Zombies suchen, das dauert ja noch fünf Minuten. Ich suche ihn. Wie, hier lebt noch einer? Naja, mehrere leben. Ja. Ich brauche gleich ein richtig dickes MG oder so, Alter. Habe ich gesehen, gibt es hier auch in der Kiste. Ah, okay, hier kommt man dann lang, wenn man durch... Ah, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Wart mal! Irgendwas war mit dem Teleporter. Ja, stimmt, ist mir auch gerade eingefallen, hinten um die Ecke. Ah, du musst aktivieren und ich muss... Ah, nee, wart mal, ist ja gleich da vorne. Jetzt sagt bloß, man teleportiert sich und kommt dann da raus, wo ich gerade war. Nee, ich denke mal Packet Punch, oder? Das wäre für mich total sinnfrei. Ach so, wo will ich denn hin, hier? Neh mich aber vorher mit, ne? Nicht drücken. Jaja, ich linke nur mal, schon mal. So, es gelingt. Jetzt mal ab in den Teleporter. Guck mal, erst mal, ob es Geld kostet. Was steht hier? Nee, einfach nur F drücken. Ja, okay, komm rein. Drück du mal. Ach ja, wie er übertreibt, Mann. Wie er übertreibt. So geil. Punch ich mir. Punch ich mir mal die auch. Einfach krass, wie er übertreibt. Das ist der Anfangsraum, Mann, wo wir spawnen. Wir sind gleich hier drinnen. Ach, so geil, Mann. Nee, warte mal, was ist denn hier? Ach, scheiße. So geil. Wie lange können wir jetzt hierbleiben? Ja, das dauert ein bisschen. Ich glaube 30 Sekunden, ja. Oh mein Gott, nein. Geil gemacht, Mann. Geil gemacht, zack. Wo? Ah, jetzt spawnen wir hier. Kann man jetzt direkt wieder linken? Nee, muss man nicht, ne? Cool, irgendwie. Ah, doch, muss man mit Sicherheit wieder linken. Aber kein Thema. Alter, es dauert ewig, bis wir hier die Zombies finden. Zombie, zombie piep einmal. Piep. Ja, ich seh keinen. Ich auch nicht. Aber das ist kacke jetzt hier, Alter. Stamin-up gibt's ja auch. Scheiße, Mann. Oh. Alter, weißt du, wo der überall sein kann? Äh, überall. Ja, da hinten ging ne Tür auf. Krass, man kann jetzt hier ne große Runde rennen. Ich hab grad nen Zombie gehört. Da ist er. Ja, ich hör ihn. Er packt voll. Oh, dann. Ach, ist ihn tot? Er ist schon tot. Ah, jetzt. So, alle auf Position. Ich weiß gar nicht, jetzt, wo ich langlaufen muss. Nee, ich glaub, das mach ich grade falsch. Nee, ist richtig. Nee, ist falsch. Ist richtig. Ist falsch. Keine Ahnung. Ja, toll. Jetzt bin ich einmal... Bin ich jetzt wirklich? Nee. Ja, wo bin ich denn? Ach, hier kann ich auch gut laufen. Guten Tag. Bist du auch hier? Ja. Aber ich lauf gerne wieder da vorne. Nee, nee. Ist doch kein Thema. Ich glaub, wir haben hier genug Platz, oder nicht? Wird's nicht riskieren. Ich hab doch Monkeys, Digga. Was hast du hier eigentlich gepuncht? Auch. Ey, wenn wir das dann gleich auch sehen, wie wir zur Erde fliegen, ne? Oh mein Gott. 40.000. Ja, schaffen wir locker hier zusammen zu rennen. Guck mal, Alter. Schaffen wir. Musik wär cool. Sing mal. Soll ich denn singen? Nein, Quatsch. Ja gut, Muni wird kacke, aber... Dafür gibt's ja die MP40 da vorne. Die ich mir auch gleich holen werde. Bauhunde. Naja, egal. Kommen immer nur zwei, glaub ich. So war's vorhin auf jeden Fall. Alter, der fliegt voll über mich rüber hier. Der will mich voll napfen. Ah, ich dachte grad, hier ist voll automatisch. Ah, man hat hier übelst viel Platz, Alter. Hä, kamen die Hunde schon? Einer, ja. Hä, greifen die sich da oben... Ach nee, können die ja hin. Oh, da kommt noch ein Hundi. Tschüss. Alter, das wär aber... Runde 16 oder 17 waren wir, ne? Ohne alles. Ja, Runde 16. Anstatt erstmal alle günstigen Türen aufzukaufen... Nein, 30.000 ausgeben. Mhm. Ich hab gleich keine Muni mehr, Alter. Wie heftig. Ah, ich hol mir gleich die MP40. Ich hol mir jetzt die MP40. Oh, die Zombies kommen so vereinzelt, Alter. Wo war denn das mit der MP40? Ach, Mist, ich hab's. Bei er da lang. Ah, Esmin. Hm, Esmin, wo seid ihr denn? Hä, haben die was droppen lassen noch? Nee. Ja, da liegt ein Atomwander. Ach so, okay. Kannst du mal nehmen. Hä? Wo denn? Oh, geil, Mann. Die MP40, wie die sich anhört und wie stark die ist, Mann. Geil, Mann. Die MP40 hat's voll drauf. Ich bleib mal hier, ich renne hier. Ich renne hier, weil dann kann ich immer wieder MP40 holen. Doggies. Guck mal, was ist denn hier, Alter? Was wär's jetzt gewesen? Hä, wo, hä? Alter, der Blitz war ganz woanders. Hä, Alter? Hä? Die Hunde treffen einen gar nicht, Alter. Hä, was? Ha! Was falsch mit ihm, Alter? Hä? Scheiße. Die fliegen voll weit. Ja, die fliegen voll an einem vorbei. Guckst du dir an, Alter? Boah, übel, Mann. Muss man schon echt aufpassen. Pass auf, Barok, echt. Ah ja, flieg mal über mich rüber. Alter, ich muss mir Muni holen. Gehst du auch nicht. Wow, Alter. Haha, das macht voll Bock, Alter. Echt, ohne Scheiß. Alter, überall Hunde am Fliegen. Flying Dogs, Alter. Alter, wie hoch, Alter. Wie geil ist das denn? Du hast ein paar Probleme da, oder? Ja. Hä, wo ist denn der Hund jetzt? Ich hab ihn dort, Alter. Ey. Auf den Kopf schießen, das macht richtig was aus. Hä, wo ist er? Wo ist er, der Hund? Wo ist er? Da ist er, da ganz hinten. Vorsicht, Kevin. Was denn? Achso. Da sind die Letzten. Alter, wie hoch der fliegt. Komplett leer. Er war nicht der Letzte. Oh. Er lässt nichts droppen, Alter. Doch, doch, aber bestimmt irgendwo anders. Hä, niemals, wir haben doch hier einen Hund getötet. Aber ganz ehrlich, mich stört es noch nicht mal. Aber dich, glaube ich. Ja. Vielleicht, weil wir ihn gerade getötet haben, wo er in der Luft geflogen ist. Ach, leck mich doch. Ach, leck mich doch. Ja, genau. Bleibst du auch hier und holst immer MP40? Ja. Ja, es kommen immer nur zwei Hunde, keine Sorge, Alter. Weißt du, was man machen kann, Alter? Bei Endgames. Günstige Wandwaffe kaufen. Ah, das ist so geil, Mann. Du springst einmal in die Luft und bist meilenweit voraus, den Zombies, Alter. Ach, das gefällt mir einfach. Richtig nice. Ich will nicht wissen, wie lange das gedauert hat, Alter, die Karte zu machen. Ja, aber schon richtig lange. Alter, alle tot. Eine S-Mine, Mann. Ah, zack, Mann, Muni holen hier. Ach, nee, ist schon noch Thompson voll hier. Nein. Jetzt Muni holen. Ich werde dann gleich mal, wenn die Thompson leer ist, werde ich die Thompson abgeben. Mir dafür eine Kistenwaffe holen. Dann habe ich eine Waffe zum Muni nachkaufen und dann noch eine Kistenwaffe. E-Stake mit allen acht Perks, wäre geil, Alter. Hier in E-Stake, Alter, das wäre, oh. Phänomenal, Alter, spitzenmäßig. Ja, das sehe ich. Ja, man hat, eigentlich hat man hier doch ein bisschen zu viel Platz, finde ich. Also, naja, es ist eigentlich, es ist in Ordnung. Aber der Umgebung ist eigentlich angepasst, finde ich. Ja, es passt alles. Hier passt sowas. Mondgebiet halt, ne? Ist einfach so. Ja. Da passt das wirklich. Aber bei manchen Custom-Zombikarten ist ja, ist ja ein Raum so groß wie das, wo wir hier laufen. Das ist ein bisschen komisch. Ja, das ist zum Beispiel bei der 8-Room-Karte. Na, okay, sowas gefällt mir nicht. Nee. Genauso wie der Anfangsraum von Arcade. Das ist mir alles zu groß für den Raum, das ist, keine Ahnung. Wart schon wieder? Ja, echt? Ja, ich glaube schon. Krass, ich gehe mal an die Kiste. Äh, mir mal was Schönes holen für die. Äh, nee, guck mal, ich habe Muni gekriegt. Ja, ja, ich habe Muni eingesammelt, kurz nach den Hunden. Achso. Haben sie sofort Muni fallen lassen. Ich dachte, das war vielleicht nur ein Grafik-Bug oder so. Ich habe die Stoner, Alter. Wo hast du die Esmin gekauft? Äh, irgendwo. Ah, ja, ich weiß, wo hier. Richtung Anfangsraum, glaube ich. Ah, hier neben Quick-Away. Ach komm, einmal gehe ich noch. Nee, nicht dafür. Nicht fürs M1, Alter. Ah, nee, M1-A4 war das. Alter, ich stoner, Alter. Die wird auch richtig abgehen, glaube ich. Ah, die geht richtig ab. Das ist geil, dass immer nur ein paar Hunde kommen, Alter. Ich glaube, zwei Stück jeweils, ne? Ah, ich denke mal, irgendwann kommen auch mehr. Hier hätte Endgame, glaube ich, mal mehr kosten können. Egal, ich will sehen, Alter. Was meinst du, fliegen wir weg? Ich denke mal, die Rakete wird schlecht auf die Erde fliegen, so wie beim richtigen Moon. Das wäre so geil, ne? Wenn er das alles mit eingebaut hat. Eisdorna ist richtig schnell leer. Ah, die Karte ist auch neu. Deshalb, das kann die nicht gelesen sein. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber die ist ja auch neu jetzt hier. Nichts, alles gut. Alter, die fressen aber auch schon ganz schön hier, die Zombies. Okay, wir sind ja schon rund 21. Musst ihr da mit der Polen? Ja, ich bin ja auch. Es ist jetzt eine Esmina, es ist alle Toti-Klüne. Haben sie nichts mehr zu tun. Wir machen hier. Ja, ignoriert meine Esmina. Warum auch nicht? Die Esmina und so, die Granaten, das war ja alles noch viel stärker. hier kam die damals nicht auf die mp40 die hat viel zu wenig recoil die machen sich doch selbst lächerlich oder nicht ich feiere das nein ich wollte gerade hin oh ja jetzt kann man sich kümmern krass alter bockt sich das das bockt sich mal so große flächen zu haben ja ab und zu kann man sowas zocken aber dauerhaft wäre es glaube ich nichts für mich ja bei mir wird nicht langweilig gerade man hat ja auch ein Ziel ich will den Easter Egg schaffen ich uche ich guck ich guck oh strahlemann strahlemann er da genau geil ich hab mal mit mit Leuten farm gezockt hab ich so in der spielsuche weißt du einfach so spielsuche öffentliches spiel gesucht da hatte ich einen der hieß Danny glaube ich ja Danny hieß der und der hat das Ding Blaster Blaster Pistole genannt Blaster Pistole ja hab ich auch hab ich auch Video also hab ich auch ich hochgeladen Blaster Pistole uns mal die Blaster Pistole holen nein jetzt hab ich außerdem Affen gebrochen ach hast du auch welche dann brauche ich gar nicht auf den Zombies schießen ach komm Alter für den Hund ah Raygun raus Alter alles gut ich find das so geil dass man fliegen kann Alter das gefällt mir Raumanzüge wär noch cool gewesen oh ich hab keine Muni mehr MP40 oder was ne allgemein keine mehr kann da jetzt aber auch nicht reinrennen warum ich kann Affen werfen wenn du möchtest hier ne 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 hab schon hab schon Alter wie sie mich schlagen wär die doof oder was alles tot Alter wie hoch man hier fliegen kann wenn man hier richtig gegen die Kante läuft guck mal Alter Schwede wie geil ich will mal die Sniper holen Trickschotten nennt man das ne ja bisschen Trickschotten da mhm mit der Raygun macht man echt zu wenig Punkte dann werde ich mich mal wieder zur MP40 begeben oh 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 alles gut alles gut das ist ein Atombomb die nehm ich mal nicht ist die Muni geholt? ja so Alter Muni? Insta ne Insta auf nächste Runde obwohl sie spawnen noch nicht nehm oh komm bitte letzter schnell wo ist er? bitte der kommt von da oben oh mein Vater steht auf oh ok ich geh mir einmal Kiste naja mach mal rpk alter oh die viel Schuss ah das ist ein Biest alter geil ich will gleich mal punchen ok willst du mit? ja klar komm aber am Ende oder? du kannst auch jetzt gehen wenn du willst voll gefährlich Alter ich weiß gar nicht wo lang ach man obwohl scheiß drauf brauche ich nicht punchen ich würde gerne da gibt es noch in der Kiste so eine Waffe mit einer Tarnung die hätte ich gerne mal was war das für eine Waffe? keine Ahnung die hat nur so eine Tarnung ich glaube ne AK doch AK kann es gewesen sein ne die hattest du vorhin ne? ne das war bei einer anderen Map ah ja ok ah ja stimmt stimmt alter Schwede alter Schwede die S-Min haben es hier so drauf einfach das ist abartig so geil bin schon wieder leer als so ein MG hast du erstmal keine Sorgen gerade jetzt wo ich sage habe ich Sorgen Alter Muni Sorgen und leer oh ich hänge ich hänge ich hänge wow 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 ja ich habe schon Affen gezogen alter vor allem man hört so krass den Herzschlag wenn man fast am sterben ist oh ich herf mal noch einen Affen oh Muni ich herf mal deinen Affen wow warte 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 ok ich habe deine man no kannst nehmen geil 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 ah ne S-Min kriegt man ja gar nicht dazu bei World at War es gibt noch so viele Stamina gibt es auch noch ne das hast du dir doch schon geholt oder nicht ne ne finde ich braucht man hier gar nicht Alter du springst einmal in die Luft und bist bist weg Alter haben die jetzt gar keine Chance das sieht aus als wären es die letzten kann sein ne ja das sind die letzten wollen wir rüberfliegen oder nicht ja lass mal ja dann komm hier lang da lang hä bist du recht richtig ja sicher weil ich stehe an der Rakete ich glaube jetzt zum Teleporter oder nicht ne ne Rakete ach du willst Endgame machen ja Digga ach so ich dachte du willst punchen ich komme ich komme bei MP40 lang ne yeah Digga er weiß bescheid ey ja dann hau mal rein hier jo bin unterwegs ne mach du bitte kein bock ich hab kein Geld ich weiß nein ich dachte es kommt ein Effekt dass man wegfliegt ach so ich dachte schade egal hat trotzdem echt sau viel Spaß gemacht kann man empfehlen die Map auf jeden Fall die empfehle ich wie immer Link in der Beschreibung hier repeat Alter das Bild wiederholt sich Link in der Beschreibung die Karte kann ich nur empfehlen also nicht verwechseln mit der Karte Moon Station das ist was ganz anderes hier und ja das soll es gewesen sein ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß viel Erfolg beim Zombies killen und haut rein haut rein Rektik's Video ist auch wunderbar The Doctor has subscribed to his channel Rektik's Video ist auch nicht verwechseln mit der Karte Rektik's Video ist auch nicht verwechseln mit der Karte